Game Keys und Game Cards. MMOGA. Dein Gaming Spezialist mit Kampfpreisen. Yo, was geht ab Freunde und herzlich willkommen zur zweiten Folge von der Call of Duty World War II Kampagne. Natürlich, ich bin wieder back. Ich bin wieder gut in ein neues Jahr reingerutscht. Ich hoffe, ihr hattet einen guten Rutsch ins neue Jahr. Wir wollen mal ein frohes neues Jahr an alle. Ich hoffe, ihr seid alle sehr gut reinkommen und wenig Pannen. Und ich habe mir eine kleine Auszeit genommen. Ich habe es gesehen und ich habe etwas länger kein Video. Ich habe mir gedacht, komm, bis nächstes Jahr. Dann wird es wieder komplett durchstartet. Es wird sich sehr viel ändern. Es wird sehr viel neue Content kommen. Ihr seid auf jeden Fall gespannt. Aber heute geht es erstmal weiter mit Call of Duty World War II. Ich werde jetzt versuchen, jeden Tag und jeden zweiten Tag spätestens die Kampagne hochzuladen. Ihr wollt es sehen. Ihr wollt es unbedingt sehen. Und deswegen sehen wir uns dann jetzt gleich in der Kampagne, Freunde. Bis gleich. Die Jungs und ich, wir schlagen uns ganz gut. Nicht gut genug für Pearson, aber was soll's. Wer weiß, Schatz. Vielleicht kehre ich Weihnachten schon heim zu dir mit ein paar Medaillen auf der Brust. Aber zuerst erobern wir Marini. Schmeling gegen Lamotta. Schmeling würde Lamotta K.O. schlagen. Niemals. Die haben Themen unglaublich. Ich würde ihn einfach abknallen. Die benutzen ihn doch bloß. Er hatte keine Wahl. Wir alle haben die Wahl. Also Nietzsche sagte, es gibt nur Staaten und Schwachen. Ach, genug davon. Okay. Äh, was ist mit Louis gegen Sugar Ray Robinson? Meinst du Louis 1938? Robinson gewinnt ganz klar. Ey! Sehe an, wer wieder hier ist. Ich dachte, da hast du noch eine Woche. Ich hab gehört, ein paar echt harte Tüten stehen kurz vor Marini. Wenn der Plan aufgeht, sind wir bis Weihnachten zu Hause. Steh nicht so rum, zeig her. Das wäre sehr schön. Nicht übel, was? Oh. Ach, gibt Schlimmeres. Schön, dass Sie wieder da sind, Private. Ich freue mich auch, Sir. Okay, Männer. Die Gelegenheit ist günstig. Wir starten einen Ausbruch aus der Normandie. Das wird nicht leicht. Die Hecken werden stark verteidigt und es gibt Meldungen von deutschen Panzern in der Nähe. Aber wenn wir Marini einnehmen und sichern, kommen wir hier raus. Und wenn Sassman selbst ein Messer im Bauch nicht aufhält, hält uns auch kein Deutscher auf. Das Glück ist mit den Siegern, Sir. Das stimmt. Für Turner ist unser Schutz von höchster Wichtigkeit. Abmarsch! Warum kommt einem der Krieg immer in die Quere? Ja! 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 Operation Cobra. 25. Juli 1944. Und, ich würde sagen, Damen und Herren, willkommen zur zweiten Folge von der Call of Duty World War II Kampagne. Oh, was geht denn hier ab? 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 Hört denn hier Musik? Einfach mal hoch auf den Panzer. Na, komm, jetzt. Die Grafik ist auf jeden Fall krass. So eine Wunde ist erst in acht Wochen verheilt. Bin bereit, Sergeant. Sie haben mein Wort. Oh, Ihr Wort, ja? Das ist ein feuchter Dreck wert. Das gefällt Ihnen gut, hm? Hab mich noch nie besser gefühlt, Sir. In Ordnung, Private. Sehr nett. Wollen wir mal schauen. Wir halten. Irgendeine harte Fahrt. Ist ja ganz was Neues. Ich denke, Pearson mag dich. Wie ein Tiger den Hirsch mag. Mal los, mal los! Ach, ja, eine schöne Panzerfahrt, aber die Grafik ist echt krass. Ich schwöre dir, echt krass. Megakrass. Was ist mit dir? Ich konnte euch doch nicht den Spaß überlassen. Spaß ist unter Pearson nicht erlaubt. Weißt du, wieso er dich immer so triezt? Kassarin Pass. Hab meinen Freund verloren. Ja, brachte ihm Artikel 15 an deine Degradierung. Ja, musste so streng sein. So eine Männer haben bezahlt. Mission war ein Rheinfark. Ein Massaker. Die Nazis waren gnadenlos. Wir haben nur überlebt, weil sie keine Zeit hatten, den Westausgang zu versuchen. Ich hab wegen dem alten Mistkerl fast alles verloren. Turner ist noch nicht drüber weg. Er war es auch, der ihn angeschwärzt hat. Aber Pearson denkt, wenn ihr ein Musterpartoon werdet, wird das gestrichen. Wir sind also ne Streichkollern. Ja, langsam kapierst du dich. Er ist ja auch mal schön zu hören. Er kann wieder niemals aufgeben. Er tötet, ums zu entfernen. Oh, ein kaputter Panzer. Hey, wisst ihr was ich will? Scheiß futtern. Du hast grad gefuttert. Scheiße auf Toast zählt nicht. Hey, wie wärs mit Barbecue, hm? Noch so halal, so wie Barbecue. Wir hatten keine Chance. Das wärs da mit dem offenen Sir. Das ist jemandes Sohn. Nur ein Deutscher. Dennis hat recht. Die sind nicht alle böse. Von da kommen auch Kepler, Mozart... Die aufregend. Marlene Dietrich. Nicht zu vergessen ihre Erfindungen. Die Pokerpresse, Elektronenmikroskop... Frankfurter. Ihr macht mich fertig. Fragenfoto. Hört ihr das? Es kommt hierher! Vor allem die Stukas! Scheiße! Jetzt geht's aber ab hier. Aieieieiei. Ja, okay. Damit sind wir jetzt komplett im Spiel. Ähm... Oh nein, nehmen und diesen Stukas runterholen! Vielleicht sind wir das Luftabwehrgeschütz. Das machen wir. Oh! 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 Ich hab ein paar Tage schon kein COD mehr gespielt. Also erstmal wieder rein. Flicken im Aim. Na! So, hier haben wir aber... Eieieiei! Warten wir sehen ob... Feuern auch mal meine Kameraden? Oder... Au! 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 Haben wir! Ja! Darum sitzt wieder einer am Fenster. Aha! Granate! So, eben kurz gucken. Okay, so hält man sich. Alles gut. Ich frag mich aber, wer auf mich schießen kann. Obwohl ich ein dumm Dings bin. Boah, mein Aims wird echt langsam. Noch richtig eingefroren alles. Oh, 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 oh. Wie kann der mich denn treffen? Das ist doch unmöglich. Ja... So, wir werden uns einfach mal erst nach vorne pushen. Ohne wenn und aber. Einfach rein da. Zack. Komm, 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 komm. Komm. Haben wir. Haben wir. Haben wir. Haben wir. Perfekt. Waff 28. Sehr gut. Oh, shit. Komm, einfach mal ne Nade rein. Komm, 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 komm. Sitze, sitze, sitze. Halt. Das ist grad echt, echt eng. Ei, 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 ei. Oh, oh, nein, nein, nein. Waffe der, waffe der, waffe der. Waffe der, waffe der. Waffe der, waffe der. Einfach ne Nade rein. Ich hab' einen Mann, ich hab' einen Mann. Ey, ich hab' einen Mann, ich hab' einen Mann. Ich hab' einen Mann, ich hab' einen Mann. Sehr gut. Okay, warte jetzt. Warte jetzt. Warte zum Heilen. So, dann nehmen Heilen, Freunde, dann... Schei... Beste Deckung. So. Haben wir, haben wir. Haben wir. Zum Deutschen? Okay. Boah. Ach, nee. Ist das irgendwie ein Sniper oder so? MG 42. Ja. Okay. Haben wir. Haben wir. Haben wir. Besetzt... Oh, sch... Was ist denn hier los? Kommt dick auf wie die Ratten! Einfach ein paar Nades ein. Haben wir. Boah, nicht ein Schuss hat gesessen. Das ist echt scheiße. Einfach ein paar Granaten. Ich hab' keine. Ja, Munition. Rollen. Danke. Hinterher. Immer hinterher. Haben wir. Beten und werfen. So, hier haben wir Medikit, den haben wir aber schon. Oh, der hat mich erschrocken. Runter, runter. Kein weißer Vorstaus. Weiß Bedingung vor allem. Die erschießen wir nicht. Die ergeben sich. Weiße Fahne. Ey, Tagesartrophäen. So, die haben mich ergeben. Perfekt. Na los! Die wollen nicht draufgehen. Nein, sie... Oh, shit. Ja, voll! Wir machen unsere Panzer fertig. Die Panzer brauchen Hilfe. Wir müssen die Flak hinter diesen Bäumen ausschalten. Ey, das... Soll ich gerade echt, wenn ich rede? Weiß das gerade echt? Was haben wir hier? Erinnerungen gefunden? Oh. Oh. Da hab ich ja gar nicht gesagt. Es gibt ja Erinnerungen. Hm. Äh, Munition? Ach, unsere Leute treffen auch mal was. Was? Okay. Jetzt geht's ab. Jetzt wird's ernst. Haben wir? Haben wir? Haben wir. Eieieie, was geht denn hier ab? Komm, komm. Das ist echt... Wo? Wo? Oh! Egal. Noch nicht! Fünf Uhr! Fünf Uhr. Es macht echt Laune. So ein Schütz-Mult wäre auch geil. Das sind zu viele! Konzentrieren! So. Haben wir auch. Da sind welche. Das waren alle. Rot gemacht, Daniels. Puh. Das war echt ein Schchnitt. Hey, das ist Perez! Hey Perez! Hey Perez! Okay. 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 Mr. Pearson. Erreißen. Erreißen Sie den Aussichtspunkt. Das ist kein Problem. Das machen wir doch gerne. Deutsche Artillerie! Panzerkiller! Habt du das Memo nicht gelesen? Was sollen wir denn gegen Panzerkiller ausrichten? Das habe ich mich auch gefragt. Die Grafik ist echt richtig schön. Jetzt drücken wir mal ein bisschen Munition. Das heißt nichts Gutes. Ein paar Äpfel. Schmeckt. Eine von unseren. P-47. Verdammt. Wäre ich nur schneller an der Flak gewesen. Mach dich nicht fertig. Das sind Zivilisten. Das ist ein Kriegsverbrechen. Oh. Oh. Ach. Fölsch dich am Haus. Das sind Perez und die Jungs. Das sind unsere Jungs. Wir müssen die Puck-Schützen ausschalten. Oh shit. Hey, Mr. Ko. Bam. 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 Oh shit. Bam. Bam. Oh, dieses Aim sitzt gerade übelst. Bam. 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 Hey, wer... Oh. Pfff. Oh, wie die abhauen, die Fe... Sniper walten wir jetzt mal. Habt ihr gesehen, wie der Helm weggeflogen ist? Boah. Die geben einfach Gas. Der hat doch irgendwo einen Karabiner, oder? Sammelt euch hinter den Panzern! Ja, chill mal kurz. Wach 28? Egal, wir beiden natürlich Sniper. Hinter den Panzern. Also. Pfff. Da geht's. Hier ist ganz so viel Action, ne? Das ist unglaublich. Eh? Oh. Komm, ich geh auch um. Das ist ein Sniper-Action raushauen. Oh. 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 Hier ist jemand von MG. Da. Ich muss mich heilen. Ich muss mich heilen. Ich muss mich heilen. Oh, MG 240. Ich muss mich wieder heilen. Bleib doch mal stehen mit deinem Panzer. Da oben. Hier sitzt. Schwamm. Wo sind die? Wo sind die? Wo sind die? Hey, Brato. Alles gut. Ja, ja. So, vorher. Wir gucken uns kurz einmal um. Okay. Hier ist nichts. Kann sein, dass es vielleicht eine fette Waffe gibt. Guck mal, wie die wegrennen. Da haben sie Angst. Erst den großen Max machen, dann Angst ab. Wo sind sie? Achtung! Was für das denn? Nein, haben wir... Och, du Sche... Wir gehen jetzt mal auf die Scharfschutzposition. Sehr gut. Das ist genau das Richtige für mich gerade. Aha, 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 aha. Komm, 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 komm. Zeig dich, zeig dich, zeig dich, zeig dich. Egal, wir heilen uns ganz kurz. Nichts riskieren. Aber wir wollen so wenig sterben wie möglich. Mit dem Let's Play. Zack. Wie gesagt, vorsichtig, vorsichtig und sprint da einfach rein. Wie so ein Gestörten. Haben wir? Der wird... Der wird... Der wird einfach... Ich bräuchte jetzt einen M.P. oder sowas. Sehr gut. Ja, natürlich das Karabiner. Auf jeden Fall. Das war die Nummer 1. Das war die Nummer 1. Haben wir? Haben wir? Da. Gute Nacht. Ich bräuchte trotzdem eine andere Waffe. Ich bräuchte trotzdem eine andere Waffe. Heili. Freunde, ich sag sich. Das ist krass, was hier abgeht. Auf den Boden, Deutscher! Ich glaub, der wollte ich auch ergeben. Ich hab mich einfach erschossen. So. Jetzt sammeln sich bei Turner. Das machen wir natürlich. Ich... ich nehm schon die Zeichnung auf. Was? Aha, Turner, was klappt. Lieutenant! Still! Offizier anwesend! Okay, zuhören. Charlie-Kompanie wird nahe der Kirche angegriffen. Sie brauchen Munition und Feuerkraft. Schicken Sie einen Trupp los. Sir, wir sind schon ausgedünnt. Es geht noch dünner! Ja, Sir. Scheiße! Wir können die Jeeps nehmen, aber wir brauchen Panzerunterstützung. Das ist der Plan. Parais! Wir sind heute mit dem Druck! Geht nicht! Wir haben Befehle von Collins! Wir gehen mit der Elften nach Westen! Verdammt nochmal! Den Jungs, da läuft die Zeit davon! Ihr macht es allein! Nehmt die Jeeps und los! Schnell! Alles klar! Dann mal los! Charlie hat Scheiße am Arsch und wir haben das Papier! Na los! So, oh! Professor Furious! Wo geht es nach Marini? Volk dieser Straße ist das super nächste Dorf! Oh! Steine Kurve voraus! Wachte! Die Straßen gab es nicht davor! Okay! Wachte! Lauf ihr genau auf den Charlie-Kompanie zu! Wir müssen vor ihnen da sein! Boah, das macht bestimmt echt Spaß! So einen Wagen zu fahren! So weißt? So Offroad! Oho! 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 Ja! Ich fahr weiter! Ja! 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 Oh mein Gott! Weg da! Weg da! Ich glaube! Pfff! Uiuiui! Ich weiß nicht wo... Nein! Hat der mich jetzt gerade weggedrückt? Warte auf! Warte! Halt nicht mehr lange durch! Was hat er in Sack gesehen? Hup! Was? 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 Ja! Ohal! 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 Oh! Ich hörst nicht mehr lange durch! Ich hörte Xen ob uns! Die Straße ist dicht! Machst du an der Wirkung! Ich hör nur Papp, 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 Papp. Was ist denn hier los? Jetzt ist Action ohne Ende. Boah, wie die wegrennen. Ist aber echt schwer, das Ding zu steuern. Oh. Nein, das... Alter, Finde. Was eine Aktion. Alter. Krass. Meine Hände vibrieren immer noch vom MGM. Okay, die Sonne geht bald unter. Sie kriegen eine Atempause. Verzeihung, Sergeant. Die halbe deutsche Armee ist auf der anderen Seite der Gebäude. Sollten wir vielleicht einen besseren Platz suchen für einen Perimeter? Sicher, Private, vielleicht ein nettes Zimmer im Ritz? Sir. Er hat nur Angst. Vielleicht sollten Sie sich um Ihre Probleme kümmern. Ihre Seite sieht verdammt erschissen aus. Mir geht's ganz toll, Sergeant. Daniels, passen Sie auf ihn auf. Nur Stolz ist gefährlicher als ein Feind im Gebüsch. Ausruhen, Männer. Mach ihn nie bei Sonnenaufgang. Ich kann nicht glauben, dass ich wieder an Sassmans Seite stehe. Es schlägt sich gut, wenn man bedenkt, dass wir uns gerade meilenweit durch Welle gekämpft haben. Man sollte meinen, dass Pearson Rücksicht auf ihn nehmen würde. Falsch gedacht. Ja, Freunde, aber dann würde ich sagen, das war's mit der heutigen Folge von Call of Duty World War II. Wenn es euch klappt, lasst mir gerne an den Betten. Ich freue mich nicht. Jetzt kommt ein Video. Ihr wisst ja, mein Partner, MMOGA, genau hier unter mir ab. Ihr wisst ja, mein Gutscheincode. Ich spart hier natürlich 3%. Ich unterstütze mich damit, wenn ihr mich supporten möchtet. Würde mich auf jeden Fall mega freuen. Ihr könnt mich auch kostenlos abonnieren. Würde mich auf jeden Fall mega freuen. Wenn wir dieses Jahr die 2.000 erreichen, sollte in 12 Monaten eigentlich machbar sein. Und dann würde ich sagen, ich bin raus. Ich wünsche dir was. Vielen Dank. Wir sehen uns bei der nächsten Folge wieder vorne. Bis. Ciao. Mit V. Ich bin raus.